Der Ort der letzten Ruhe soll ein Ort des Innehaltens, des Erinnerns, aber auch des Neuentdeckens sein. Der Ruheforst Österberg-Riedlingen ist Lebensraum und eine besondere Alternative zu herkömmlichen Bestattungsarten zugleich. Ein Ruheforst nimmt den Mensch in die Natur auf. Unter dem schützenden Blätterdach eines naturbelassenen Buchen-Mischwaldes findet ein geliebter Mensch im Ruheforst Österberg-Riedlingen seine letzte Ruhestätte. Gelegen auf dem Österberg an der Donau zwischen den Ausläufern der Schwäbischen Alb und dem Donaubecken nahe der Ortschaft Riedlingen. Ein Ort der Ruhe und Harmonie. Eingebettet in eine reizvolle, naturnahe Landschaft an der oberschwäbischen Barockstraße steht der Ruheforst Österberg-Riedlingen für Urnenbestattungen in der Natur allen Menschen zur Verfügung. Für die Hinterbliebenen und ihre Gedanken bietet dieser Ruheforst Raum und Zeit. Der Ruheforst Österberg-Riedlingen. Ruhe finden im Herzen eines Waldes. Und das ist die Ruheforst 말을 계속. Und das ist die Ruhe für die Hinterbliebenen der Natur. Und das ist die Ruhe des Mannes. Und das ist die Ruhe des Mannes. Und das ist die Ruhe des Mannes. Und das ist die Ruhe des Mannes.